Beide! Zusammen! Einmal rechts, einmal links? Ja! Geht das? Ist das möglich? Aber ja, dann lassen wir sie nicht einfliegen, aber auf die Bühne kommen. Und zwar den Sebastian Ströbel und die Luise Bär. Die Luise Bär, die Katharina und den Sebastian Ströbel als Markus Kofler. Und da brauchen wir... Lauter, das geht's uns nicht. Die brauchen einen richtigen Schaden. Hallo! Grüße! Guten Morgen! Hey! Grüß dich! Hallo! Selma Sebastian! Schönen guten Morgen! Ich muss es fragen, wie... nicht jedes Jahr, aber... Seid ihr gut drauf? Ja! Das freut uns immer. Wir sind auch gut drauf. Wir freuen uns wahnsinnig auf die 24 gefühlte Fan-Wanderung mit euch. Das ist toll, dass ihr trotz der Corona-Zeit wurde wahrscheinlich alles schon gesagt, trotzdem so zahlreich hierher gekommen seid und euch das hier reinzieht und das alles auf euch nehmt an Umständen. Wir bitten schon im Vorhinein, wir würden am liebsten mit jedem von euch kuscheln. Ja? Das ist... Aber dafür, durch die Hygiene-Bestimmung kuscheln wir umso mehr. Ja? Dann kommt ihr trotzdem auf die Bilder, auf eure Fotos, auf ein paar flüchtige Gespräche mit uns und natürlich auch viele, viele gemeinsame Stunden, die wir hier zusammen miteinander verbringen werden. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wir haben natürlich auch extra den Regen, der heute angesagt war, erst auf den Abend gelegt, damit ihr heute auch noch so einen schönen Tag hattet, wie gestern. Ich wette, ihr habt alle ein bisschen Sonnenbrand, oder? Im Bergen immer gut einschmieren und viel Wasser trinken. Ja. Luise? Ja? Du bist aus der Gegend von Frankfurt. Ich bin ein original Frankfurter Schlüppsche. Sind noch ein paar Häse da? Yay! Und es hat dich dann schlussendlich im Zuge deiner Arbeit in die Ramsau verschlagen. Bist du mittlerweile schon eingebürgert hier? Ich finde, die sieht viel dünner aus. In der Tat, ja. Wir sind hier so verwurzelt mittlerweile. Das ist ja das unglaublich 7. Bei dir ist das 8. Jahr. Ich zähle schon gar nicht mehr mit, weil ich mich wirklich zu Hause fühle. Ich lebe sonst in Berlin und es ist ein total schöner Kontrast, ein bisschen Stadt zu haben, aber auch hier wirklich in der Ramsau auch zu Hause zu sein. Und immer, wenn ich nach Berlin komme, denke ich, oh Gott, hier stinkt es so. Es war ein Kompliment an die Ramsau. Ein Kompliment an die Ramsau. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, denke ich, oh Gott, hier kann ich eigentlich wieder tief durchatmen. Es ist einfach schön hier. Aber ihr seht es ja selbst. Ist so ein Drehort, wenn man Familie hat, eine schöne Sache? Also, ich habe eine Tochter, wie ihr glaube ich alle wisst. Und auch sie empfindet das als Geschenk, dass wir Kultur in der Stadt erleben können und hier natürlich ein Freizeitangebot haben, was unendlich ist. Vom Ponyreiten, die Berge. Es gibt so viel hier zu tun und zu entdecken. Und das ist, glaube ich, wenn man groß wird, eine schöne Bereicherung. Die Bereicherung für die Ramsau ist definitiv auch du. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Danke schön. Seit 2014 mittlerweile an Bord. Und Sebastian, ihr habt seit fast zur gleichen Zeit begonnen. Bei der Bergretter. Sie hat schon einen Bergretter mehr auf dem Buckel. Ich nehme immer die Chefs. Hauptsache Chef. Von daher bin ich ein Jahr jünger als sie. Zumindest. Bei der Serie. Bei der Serie dabei. Also, das ist mein siebtes Jahr. Genau. Und ich hoffe, dass da noch ein paar drauf kommen. Was sagen deine Kino dazu? Du hast ja mehr als... Genau. Ich habe vier Töchter. Und die finden das ziemlich gut. Noch nach wie vor. Ich meine, wir müssen halt... Die müssen sehr flexibel sein, was den Urlaub angeht. Weil wir sozusagen jedes Jahr... Den macht man halt in den Bergen. Dann sage ich, Mensch, habt ihr nicht Lust, mal Urlaub in den Bergen zu machen, Kinder? Kommt das noch gut? Weil Papa muss arbeiten. Und dann kommt immer so ein... Kommt das noch gut? Ist das jetzt noch? Ja, es geht. Also, tatsächlich. Ich bin sehr verblüfft, wie lange die Kinder das durchhalten. Aber sie machen das so. Für die ist das mittlerweile auch Heimat hier. Also, das ist tatsächlich für mich auch. Das ist kein Gerede. Ich bin jetzt seit sieben Jahren hier. Und ich würde lügen, da ich sieben Monate eigentlich fast am Stück hier bin. Außer gut Wochenende immer hoch und runter. Aber für mich ist das hier mein Lebensmittelpunkt. So krass das klingt. Und ja, ich liebe das hier. Und ich liebe die Ramsauer alle. Die sind ganz toll. Die sind so herzlich. Und so lieb. Und sie reden so viel. Und sie reden so viel. Nein, die sind sehr schweigsam. Also, mit dem Heri kann man sich den ganzen Abend hinsetzen und ja... Also, du hast Erholung auch in der Ramsauer. Absolut. Aber ich rede ja auch gerne. Also, von daher, Heri, wir ergänzen uns sehr gut, wir zwei. Ja. Ja, also, von daher habe ich deine Frage beantwortet. Ich habe sie schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall... War gut beantwortet. Alles super geil hier. Du hast eine Schauspielerausbildung in Frankfurt gemacht und du hast ein bisschen mehr Beziehung zu Österreich. Du warst auch in Salzburg am Mozarteo. Genau. Also, wenn ich das mal so hochrechne, bin ich mittlerweile... Eigentlich müsste ich mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. Ich habe in Salzburg studiert. Ich habe, glaube ich, eine Urgroßmutter, die Österreicherin ist. Hm. Und Salzburg studiert. Ich habe meine Frau in Österreich kennengelernt. Ich habe hier Powder Park gedreht. Das war auch zwei Jahre. Ich habe in Wien ein halbes Jahr verbracht. Also, ich bin mittlerweile, glaube ich, fast über ein Drittel meines Lebens in Österreich. So. Und schon krass. Ich fange auch schon an, Geschichtsbücher von Österreich zu lesen. Weil ich unterbewusst... Nur mit dem Dialekt musst du noch ein bisschen üben. Ja. Ja, natürlich. Ich will mich aber auch nicht anbiedern. Ich finde das sehr sympathisch. Ja. Ich finde das sehr sympathisch. Ich habe viele Freunde, die sind Deutsche und dann sind die in Wien und dann fangen die auf einmal nach einer Woche, fangen die an so zu reden. Dann sage ich immer, du bist ja erst eine Woche in Wien. Ja. Aber was soll ich machen? Das ist halt... Slibernd. Slibernd da, gell. Und... Das ist so, wie wenn jemand eine Woche Urlaub in Amerika macht und zurückkommt und sagt, ich habe so Problems in Deutsch. Ich... 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 Ich habe schon in der... In Englisch. Äh... Ne? Ähm... Sofern, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Geh, lad! Das mache ich nicht! Dir geht's mit dem Dialekt auch gut, oder? Passt! Passt schon! Passt schon! Passt schon! Ja, genau. So lange sind die Antworten in der Raumsaal. Ja, weil jetzt hier die Frage, weiß einer von euch, was FESCHT heißt? FESCHT! FESCHT! Das wurde mir nämlich gesagt, Thierry, das soll ich mal zu dir sagen. Weißt noch, FESCHT? Was FESCHT? FESCHT! 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 Jetzt muss ich es auflösen. Voriges Jahr. Ihr seht, Luise kann man alles erzählen. Macht nichts, aber sie ist ein super Kollege. Luise Bär, Sebastian Ströbel bei uns auf der Bühne. Ihr seid aber nicht allein bei den Bergrettern bei der Serie. Der Applaus klingt immer gut, das ist wunderbar.